Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater, ich habe auch keine Glaskugel vor mir stehen und über all das, worüber ich hier spreche, soll natürlich keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sein. Und wieder einmal der kurze Hinweis auf die Möglichkeit der Teilnahme an der AMC-Hauptversammlung. Link dazu ist, oder es ist bei mir in der Telegram-Gruppe hinterlegt, das Dokument und der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ja, was macht der Kurs aktuell? Minus 0,6 Prozent, obwohl der heute wirklich schon sehr, sehr stark war. Genau bei, oder knapp über 18 Euro. Ich habe es auch wieder in den Kommentaren und auch bei Telegram gelesen, die Euphorie ununterbrochen gewesen, aber dann leider bis jetzt, ja nicht abgestürzt, das wäre viel zu extrem, aber halt eben wieder in ein leichtes Minus. Nur ganz ehrlich, Leute, ich denke mal, die meisten von euch wissen oder denken genauso, 0, oder minus 0,67, minus 1 Prozent, das ist hier wirklich ein Witz. Wir sind viel schlimmere Tage gewöhnt. In Dollar 1945 ein Minus von 0,15 Prozent und das Volumen heute wieder ein bisschen mehr, 36,5 Millionen auszuleidende Aktien, 1,4 Millionen, hat sich eigentlich auch nicht viel geändert. Was gibt es sonst noch für Nachrichten? Und zwar 71 Prozent liefen heute, beziehungsweise gestern über den Dark Pool. 71 Prozent. Ich kann es euch hier auch nochmal zeigen. Hier ist sogar, ja genau, 71 Prozent. Also, ihr müsst euch vorstellen, 71 Prozent der Kauforder landen im Dark Pool. Punkt. Also, was soll man dazu großartig noch sagen? Ja, AMC ist tot? Ich weiß es nicht. Die Zahl 71 Prozent über den Dark Pool, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ihr kauft 100 Aktien und 71, jetzt nur als Beispiel, und 71 Aktien landen in dem Dark Pool. Also, das ist schon echt eine Hausnummer und aktuell, ja, absolut normal. Und dann hat Adam Aaron unser Silberrücken, so wie er mittlerweile über genannt wird, heute einen Post bei Twitter dargelassen. Und hier geht ihr auf das, ja, auf die Short-Seller drauf ein, dass hier wirklich, ja, mittlerweile das alles überprüft wird, Untersuchungen angestellt worden sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es vor ein paar Tagen schon im Video gesagt, in Amerika, wie wahrscheinlich auch in Deutschland, man muss extremst aufpassen, was man sagt. Sonst kommen gleich wieder irgendwelche Leute, äh, Marktmanipulation, Marktmanipulation. Ja, was soll man dazu sagen? Auf jeden Fall, Adam Aaron, extreme Reichweite, äh, ich mit meinen 11.000 Abonnenten, ja, ist eigentlich ein Witz dagegen. Aber auf jeden Fall, man muss hier wirklich aufpassen, was man macht. Und ich finde, Adam Aaron, der neigt gerade wirklich schon sehr stark dazu an, oder sich in so einer Grauzone zu befinden, ne. Finde ich gut, finde ich wirklich gut. Und vor allem, dass so ein CEO, was ja keine kleinen, ja, Chefs sind, sondern wirklich, ja, CEOs von großen Unternehmen, und dass die so etwas posten, einfach nur hervorragend. Hervorragend und klipp und klar, ähm, ja, das getwittert, finde ich einfach klasse. Dass man ist, oder dass der CEO selber hier diesmal veröffentlicht. Ähm, dann gab es heute einen kleinen Zufall, und zwar hat Adam Aaron ja das gepostet, was ich gerade gesagt habe. Und Ryan Cohen hat ja auch etwas Ähnliches, ähm, gepostet, in Anführungsstrichen, und dahinter eine, ähm, ja, Piratenflagge. Und dann hatte hier gleich ein Ape geschrieben, Adam twittert über die Short-Seller, Ryan twittert über GameStop mit einer Kriegsflagge, und das innerhalb von Sekunden. Äh, ja, ist das, ist das Zufall, ist das kein Zufall, wir wissen es nicht. Aber es ist in meinen Augen, äh, ja, es wäre schon wirklich sehr großer Zufall. Aber finde ich klasse, beide extreme Reichweite, auch Ryan Cohen, äh, ich finde es klasse. Ob jetzt hier, ja, wirklich etwas mit AMC oder GameStop zu tun hat, man weiß es nicht, ähm, ja, viele spricht aber dafür. Dann hat die DOE, die, ja, ähm, hier ist eine Fliege, ähm, bestätigt, dass es eben Untersuchungen bezüglich der Short-Seller gibt, und inklusive der Manipulation, ähm, auch absolut gute Nachrichten. Also wir haben es ja jetzt schon die letzten Tage gehört, hier Untersuchung, da Untersuchung, hier und da und da und überall. Frage ist nur, wird dabei was rumkommen, wird dabei was rauskommen? Ihr wisst immer noch, äh, Kenny hat hier, ähm, unter Eid gelogen. Ist auch bisher jetzt nichts wirklich irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen, beziehungsweise dass überhaupt eine Gerichtsverhandlung stattgefunden hat. Ja, ist schwierig, aber es ist einfach ein, ja, ein Punkt, worauf man jetzt wieder warten kann. Wir werden die Untersuchungen hier wirklich, ähm, etwas dazu beitragen, dass wirklich der Handel mal ein bisschen mehr kontrolliert wird. Ja, dauert wahrscheinlich ein bisschen, ihr wisst es, äh, die Mühlen malen langsam, aber besser so als gar nicht. Ja, dann hier eine kleine Panne, AMC Entertainment, 2732 Dollar, äh, ja, was soll ich sagen, als den Kurs würde ich auch gerne sehen, gar keine Frage, ähm, ja, was soll man dazu sagen, ob das jemals so weit kommen wird, keiner weiß es. Ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht, keine Klugschnacker wissen es. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, oder drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ja, wir hätten alle letztes Jahr verkaufen sollen, beim Alltime High, das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, es wird noch weiter runtergehen, bis auf drei Dollar und wird nie wieder steigen. Dann haben wir alle Pech gehabt, haben uns verzockt. Und die dritte Möglichkeit ist eben, dass hier entsprechend der Kurs weiter steigt. Ja, wie es ausgehen wird, weiß man nicht. Viele Fakten sprechen dafür. Natürlich, der Kurs spricht gerade gegen uns, auch wenn er jetzt die letzten Tage wirklich um einiges gestiegen ist. Aber man rechnet ja immer mit ein bisschen mehr. Ich will damit eigentlich nur sagen, eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir versagen, wir haben verzockt, oder wir gewinnen. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Sollte ich mich hier verzockt haben, ja, ist so. Also, man handelt hier nicht mit Spielgeld, sondern mit echtem Geld. Jeder sollte hier selber wissen, was er macht. Wie viel Geld er hier bereit ist zu investieren. Aber gut, da brauche ich eigentlich nicht mehr näher drauf eingehen. Auf jeden Fall, so einen Kurs hier würde ich mir auch gerne wünschen. Dann, Amc Entertainment war die populärste Aktie im Social Media Bereich 2021. Ja, ich kann es nur wieder sagen, wie viele sagen, wer in Amc investiert, ist absolut dumm. Und wie kann man nur? Und, oh, lieber in, ja, was habe ich gestern in irgendwelchen Kommentaren gelesen? Lieber in ein CD Projekt investieren. Vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Ja. Ja, sehr lustig finde ich das. Naja, auf jeden Fall, klar, Amc überall im Social Media Bereich gehypt. Weiterhin gehypt. Ja. Dann hier ein sehr schöner Screenshot von TradingView. Ihr seht hier eine rote Kerze. Also, ihr seht hier unten so ein normales Handelsvolumen und dann eine mörderische rote Kerze, was natürlich auch absolut normal ist. Natürlich gibt es beim Handel mit Aktien immer mal wieder so Querschläger, will ich es einfach mal formulieren. Das bedeutet, auf einmal geht der Kurs mal wirklich schlagartig nach oben oder nach unten. Löst Stop Bloss aus oder, oder, oder gibt es immer wieder oder löst Take Profits plötzlich aus oder was weiß ich was. Aber das ist wirklich keine normale Kerze hier. Ja, Gary Gensler steht im Interessenkonflikt mit Payment for Order Flow. Das ist immer noch ein Thema auf dem Tisch, das ja noch nicht ganz geklärt ist. Ich glaube tatsächlich, dass in, ja nicht morgen und nicht übermorgen und nicht nächsten Monat und vielleicht auch nicht dieses Jahr. Aber ich glaube tatsächlich, dieses Payment for Order Flow System wird irgendwann abgeschafft. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, dann diese Ape schreibt hier von Yahoo Finance, 9 von 15 Analysten empfehlen den Kauf oder starken Kauf. Ihr seht es hier im November 9, ja beziehungsweise 6 und im Dezember, Januar, ihr seht es ein bisschen runtergegangen, jetzt im Februar wieder stärker. Ja, auch das Halten, gerade mal im Januar haben zwei Analysten gesagt Verkaufen, ob man sich jetzt da hier immer drauf versteifen kann, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, und das sage ich immer wieder mal, besser so als andersrum. Ja, dann schränkt jetzt wieder was, was können wir mit den nächsten Quartalszahlen rechnen und hier eine sehr schöne Aufschlüsselung. Aber man muss dazu sagen, ja, die Erwartungen höher, höhere Umsätze, Gewinn gesteigert und, 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 und. Hier seht es hier zum Beispiel die Umsatzsteigerung von 81% gegenüber dem Quartal 2021 und 488% gegenüber Quartal 2021. Man muss sich einfach vorstellen, es ist einfach so, die Krise hat natürlich da sehr viel beigetragen. Dass es zu einer Umsatzsteigerung kommt, ist klar. Wenn jetzt Kinos geschlossen sind, 0% Umsatz, wenn sie öffnen, ja, nur 10 Leute gehen ins Kino, gibt es halt hier den entsprechenden prozentualen Anstieg. Wichtig ist jetzt natürlich zu Quartal 4, das Quartal 3 und 2 weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob in Quartal 2 hier schon wirklich alle Kinos wieder offen waren. Ich glaube nicht, aber auf jeden Fall zu Quartal 3, da waren alle wieder offen und wie sich das dann verhält. Ich glaube auf jeden Fall sehr positiv, denn wie ihr auch hier sehen könnt, Spider-Man, Godzilla, Mortal Kombat und so weiter hat einen extremen Erfolg. Also vor allem Spider-Man und dementsprechend glaube ich auf jeden Fall, dass die Quartalszahlen hier ordentlich gut sein werden. Ja, jetzt gleich oder jetzt gerade wieder ein leichtes Plus. Wäre schön hier heute nochmal auf 18 Euro zu kommen, aber wir werden abwarten. Und in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören, Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, kommentiert oder 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 und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder.